herzlich willkommen zu einem neuen shop video gestern kam ja das große update erst große update in chapter 2 der neue modi selte combine kam zurück der stromkönig modus ganz weit als und sie auf jeden richtig cool gestern dann auch neu den flug paketer ich würde sagen aber der ist in aussprechen hat einmal eine version und sie mit zwei hörnern ganz nice aus tausendzeiten doch es vollkommen in ordnung witzhacker aus wachs witzhack witz gehen sind noch drin jetzt ist ja halloween war ja auch das kaltruber und ranger richtig lang drin ist ja auf jeden fall denke ich mal dass die meister weibliche 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 gleiche bergter an der witzhack 166 und skinne blau spiel die weiteren als schalten an einmal wir haben wir also ich bin zacken die eine weitere haben wir als nächstes man auch schon ganz cool im mod weiß gar nicht ergab sind also wenn das schon mal drin war dann war es wahrscheinlich jetzt noch nicht anscheinend dann haben wir auf jeden fall den band nun auch schon eigentlich dann ist auch seit gestern auch ganz cool aus relativ dramatisch in musik mäßig und für 300 und jetzt alle in ordnung das war's mein heutigen shop video alle noch bis zum